Das ist so schön. Das klingt so schön. Das wird depressiv. Sollte du die Juli nicht abschießen? Ja, scheiße. War schon wieder scheiße. Es sind jetzt zum Glück nicht so viele Takte. Immer noch nicht fertig. Ja, ist ja gut jetzt. Vergreif ich. Machen wir hier Musik oder studieren wir hier Mathe? Da werden die Knöpfe jetzt mal angetaucht. Ja, Moment. Jetzt hast du eine Trommelfel. Ich weiß nicht, aber das hat so viele Striche. Was meinen Sie denn? Was? Julias Kackwurst. Nein, das ist meine Fedora. Das ist meine Fedora. Ja, die kommenden Sie sehen. Oh, wir ja. Ja, wir sind. Ja. Ja